Und wieder extrem lag. Extrem lagging. Extrem lagging. Okay, es hört auf. So, jetzt gehen wir zu einer anderen Stelle. Ach, wieso sind hier Gottverdammt noch mal keine... Keine... Sind hier irgendwo... Stiefel. Aber Maustiger ist im Bild, das stört. So, ähm... Hier sind keine Stiefel. Warum sind hier keine Stiefel? Was soll das, hä? Was soll das? Nein, 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 ich bin gestorben. Gottverdammt! Gottverdammt, der Scheiße! Äh... Ja, brauchst nicht einsammeln. Brauchst nicht. Nein, es wird überbewertet, das Einsammeln. Halt. Achso, das ist nur ein Fehler. Die ist unrichtig. Obwohl ich null habe, aber das interessiert mich nicht. Gottverdammt, Mann! Wieso sammelt der diese hässlichen Noten nicht ein? Ah, falscher Knopf. So, hoch da. Äh... Interessant. Fragt sich, wie lange die halten. Gibt's hier irgendwas? Nein, probieren wir das mal. Ja, leider ist Kazooie damit auch nicht so wirklich schnell. Aber sie hat schon mal bessere Zeiten gehabt, dann schätze ich mal. Ba-dum-bum-bum-bum-bum-bum-bum. Also, es reicht nicht. Wird... Es würde ich unmöglich schaffen. Also muss es hier in der Nähe irgendwo anders noch Stiefel geben. Na, ähm... Da können wir noch nicht rein, weil wir kein Krokodil sind. Und da ist eine böse Libelle. Eine Mörder-Libelle. Und ich fall wieder in den Scheißumpf. You get pwned. Und das war völlig überflüssig, merke ich gerade. Egal. Ich liebe überflüssige Sachen. Sie sind so schön überflüssig. Also, holen wir uns erstmal die Fähigkeit, uns in einen Alligator zu verwandeln. You get pwned. Ähm... Und zwar... So. Und zwar müssen wir jetzt laufen, bis uns... Bis uns die ganze Scheiße aus den Ohren rauskommt. Ähm... Und zwar müssen wir nämlich zum Wumbo. Oh Gott, verdammt. Vergiss die Noten doch nicht immer. Und dann, beim Wumbo, können wir uns zu einem Krokodil verwandeln und mir fehlt die Zeit. So, hab ich jetzt auf einmal keine... Ja... Gott, verdammte Scheiße. Geht doch. Meine Fresse. Dass der die immer vergessen muss. Ja, mein Gott, nimm doch. So wirst du auch nicht länger leben. Wenn du die ständig verweigerst. Ja, toll. Jetzt werde ich sterben. Jetzt bin ich geliefert. Was der Hölle soll denn das? Interessant. So. Zack. Zack. Ja. Das war jetzt nicht wirklich schwer. Und wir können auch nicht angreifen, wenn wir diese komischen Stiefel haben. Das ist auch so eine Sache, die so ein bisschen nervt. So was will er haben, er will es sehen. Kein Problem haben wir. Ich glaube, das war überflüssig. Ja, die Sache ist auch, ähm... Es gibt sehr wenig Levels, wo man sich verwandeln kann durch Mumbo. Und, ähm... Ich habe irgendwo mal gelesen oder gesehen, dass wenn man alle wirklich alle Noten dies... Äh, Noten. Ja, Noten nicht. Sondern, ähm... Yeah, wir sind ein Krokodil. Yeah, awesome, awesome, awesome. Ähm... Weil wenn man wirklich alle Mumbo-Schädel... So, meine Fresse. Wenn man die wirklich alle einsammelt, dann hat man nach dem Spiel noch, ich glaube, 32 oder so. Wo ich die mal nicht braucht. Das ist überflüssig. Ich glaube, die Entwickler wollten so auch klarstellen, dass man wirklich immer genug hat. So, wir gehen da jetzt rein. Passt da voll nicht. Aber egal. Ähm... Ähm... Einige werden jetzt bestimmt sagen, ja, guck mal, du kannst jetzt, äh... Aber schon, äh... Ja, ja, das 15 Minuten Limit. Weißt du, YouTube hat 15 Minuten, Alter, ey, konkret, krass. Die Sache ist, das interessiert mich erstens nicht. Und zweitens werde ich, äh... Weiterhin 10 Minuten machen, bis YouTube sagt, das ist jetzt wirklich so hundertprozentig. Da wird nichts mehr dran verändert. So, was hast du mit zu sagen? Hallo, ich bin Mr. Wild. Das coolste Krokodil hat Zeiten. Spiele mein Spiel und gewinne meinen Preis. Drück ab, um zu spielen. Oder wie werden du die Hosen voll hast? Ich scheiß mir nicht in die Hosen. Na gut, Hosen voll hast. Da spielst du einfach, futtere mehrere rote Jumblings als ich. Fertig, 3, 2, 1, los. Ja, am Anfang ist das noch recht einfach. Müssen wir einfach nur diese Viecher essen, obwohl ich... Ach, ja. Weil, und, äh, später dann... Ich glaube, es gibt verschiedene Phasen davon. Ähm, da darf man nur bestimmte essen und andere, die, ähm... Da verliert man dann, glaube ich, nur einen Punkt oder so einen Scheiß. Ich weiß es nicht genau. Ich habe es lange nicht mehr gespielt und kann mich an das Leben... Das ist meine, du Gottverdammtes Vieh! Ha, du Hund! Meins! Ach Gott, verdammte Viecher! So, zack, zack, zack. Meins, 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 meins. Ja, du bist nicht außer. Meins, meins, meins. Dann ist das halt meins, meine Fresse. Da habe ich auch kein Problem mit. Halt! Ach Gott, du Hund! Wow, das war hart! Ähm, grö, du hast gewonnen. Jetzt leben wir einen Zahn zu. Futtere die roten Zombies und meine die gelben. Fertig, 3, 2, 1, los! Ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Jetzt dürfen wir nur die roten essen. Dann dürfen die gelben nicht essen. Weil die, die verlieren, glaube ich, irgendwas oder so. Eigentlich ist das sinnlos, weil... Ach, komm, gib mir! Der hat da jetzt in der Ecke voll Fehler. Das finde ich voll für den Arsch. So. Ah, jetzt ist meins. Ah, awesome time. Awesome time. Awesome time. Auf Gott, verdammt. Das ist eigentlich voll mies. Und das ist ein Kinderspiel. Ich meine, da fressen die irgendwelche niedlichen Viecher. Hey, nimm den doch mit! Idiot. Das ist eigentlich voll mies. Ah, meins, 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 meins. Haha, you get awesome'd. You get awesome'd? Was ist das denn für ein Scheiß? Äh, wo haben wir denn hier mal welche? Da. Da haben wir welche. Zack. Yum, yum, yum. Die sind lecker. Ich frage mich, warum die rot sind. Was die gegessen haben, man weiß es nicht. Halt. Ich weiß nicht auch, warum das Vieh rot ist, weil es frisst den ganzen Tag nur diese Viecher. Ich meine, sonst würde es ja sterben. Ha, und geschafft. Locker geschafft. Awesome. 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 Ha, Anfängerglück. Jetzt gehen wir in die letzte Runde. Schnapp dir nur, was oben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Fertig. 3, 2, 1. Los. 1, 2, oder 3. Okay, jetzt dürfen wir nur die roten essen. Extrem leck. Awesome, nice. Okay, jetzt dürfen wir nur die gelben essen. Tja, ich weiß, leck das jetzt so, man. So, da bin ich wieder nach der kleinen Unterbrechung. Und ich hab die ganze Sache oft gemacht und es war verdammt knapp. Ich hatte 20 und er 19. Aber wir haben das Puzzle-Teil gekriegt. Wenn du magst, können wir ein ganz besonderes Spiel spielen. Du musst die nächsten drei Spiele gewinnen, um drei extra Leben zu erhalten. Aber jedes Mal, wenn du verlierst, schnapp ich mir ein Stunner-Leben. Drücke A, um zu spielen oder B, um die Pflege zu machen. Nein, das wollen wir nicht. Ha, ha, ha. Du scheinst ein echter Halt. Tja, was ist los? Warum leckst das? Warum leckst das? Warum leckt das zur Zeit? So. Ich frage mir echt, was zur Hölle das soll. Ich fühl mich jetzt noch nicht im Dolphin-Spiele, weil Dolphin funktioniert bei mir so. Und das ist kein Scheiß. Ähm, nein, da wollen wir nicht wieder rein. Wo können wir jetzt noch hinlatschen? Wir können uns... Ach ja, genau. Jetzt können wir uns erstmal die ganze Scheiße holen. Die da nämlich noch liegt. Die wir nicht mit Benjo-Kazu einsammeln können. Und dann sind wir mit dem... Dann sind wir mit diesem Bereich soweit fertig. Boah, ich kenne mich in dieser Welt gar nicht mehr aus, ey. Das ist voll krank. Ich überlege gerade, ob man noch irgendwas mit, ähm... Crocodile Hunter machen kann. Das schätze ich mal nicht. Ja, die Feder holen wir uns. Interessant. So ein Scheiß. Aber ich glaube nicht... Ich glaube, das war's. Ach nee. Ach nee, das kann ich ja nicht anschalten. So ein Scheiß. Und so würde ich mit dem Crocodile Hunter hier, ähm... Das, äh... Machen, wo ich da nicht... Mit dem Puzzleteil, wo ich da mal runterfalle. Aber wir können ja mal, wenn das funktioniert, theoretisch... Weil ich meine, wir müssen sowieso hier hin. Können wir ja mal... Warte mal, wie viele Gen-Ges hab ich denn? Zwei Stück. Interessant. Also fehlen mir noch drei. Also... Ähm... Ja. Entschuldigung. Ähm... Da ist irgendwas drin. Ich sehe das. Was haben wir denn? Ich möchte... So. Danke. Noten. Und Eier. Und Federn. Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöh... Federn. Ein extrem böser Frosch. So. So, wie man macht. Er ist böse. Nomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnom. Komm her. Ich fress dich, ich fress dich, ich fress dich, ich fress dich. Nomnomnomnomnomnomnomnomnom. Was? So, hä, ich kann dich nicht fressen? Doch. Cool, dann krieg ich so eine gute Zwei. Interessant. Ähm. Da. Da ist die Note. Give me the notes, give me the notes. Bah. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Und verwandeln uns. Zurück. Wotwitz. Wieso? Komm ich da nicht hoch? Ich komme noch hoch. Ich bin außen. Sag ich doch. Ich bin außen. Gibt es sonst noch irgendwie was zu holen? Schätze mal da ein. Komm, schau. Komm, schau. So, meine Freunde. Interessant. Und zurück verwandeln, bitte. Komm, verwandeln mich zurück. Mach es. Oh, Momoshil. Interessant. Yeah. Komm. Tu es. Tu deine dunkle Tat. Thank you. Können wir hier irgendwie hoch? Nein, können wir nicht. Doch, können wir. Außer. Haps. Und danke. So. Hey, eine Honigfarbe. Interessant. Jetzt weiß ich, warum ich die damals nie gefunden hatte. Bye. Vielen Dank.